Die Politik muss aufhören, sich als Botschaftsangestellte von Israel zu verstehen. Israel ist ein Besatzungsstaat, der sich wie ein Kolonialist gegenüber den Palästinensern benimmt. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir alle haben durch die Nazi-Zeit gelitten. Aber wir dürfen das Unrecht, was den Juden damals angetan wurde, nicht den Palästinensern antun. Die Politik, die uns die westlichen Staaten, vor allem die Bundesrepublik Deutschland gegenüber Israel machen, ist ein Schande. Untertitelung des ZDF, 2020